Der Kunde weiß, wenn er mich beauftragt, er kriegt am Ende sein Ergebnis. Ich bin Lars Langemeyer, Fotograf aus der Region Düsseldorf mit einer Repräsentanz in Berlin. Ich fotografiere den Menschen, die Sache, das Wesentliche. Vertrauen, Mut und Gelassenheit, auch das ist gut für ein gutes Shooting. Ich fotografiere People, Business, Industry, Interieur und schaue gern hinter die Kulissen. Ich inszeniere die Produkte auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich realisiere CGI-Produktionen, kümmere mich um das große Drumherum und garantiere für einen effizienten Workflow. Und bewegen dürfen sich meine Bilder auch. Ich bin strukturiert und bodenständig. Ich höre zu, ich gebe Widerworte. Ich mag meine feinen Werkzeuge, ich mag meine schönen Werkzeuge, ich mag meine großen Werkzeuge. Ich mag mein Studio und ich liebe Moony. Als Fotograf erkenne ich den entscheidenden Moment. Meine Bilder werden ausgestellt und ausgezeichnet. Als Fotofilmdesigner bin ich seit 1999 BFF Professioneller.